Der Feind hat Captain Keyes gefangen genommen und hält ihn auf einem seiner Kreuze, der Truth and Reconciliation Fest. Das Schiff befindet sich zur Zeit in ca. 300 Meter Höhe auf der anderen Seite dieses Plafons. Und wie sollen wir in das Schiff reinkommen, wenn es in der Luft ist? In der Waffenkammer habe ich ein Gewehr bekommen und keine Flügel. Es gibt einen Gravitationslift, mit dem Truppen und Nachschub transportiert werden. Der ist unsere Eintrittskarte. Sobald wir im Schiff sind, müsste ich das Signal der Neuralimplantate von Captain Keyes orten können. Tempo Marines, los, los, los! Das Kruppens hat uns nicht nach Zeit! Steigen Sie auf dem Hügel dort rechts. Dort können wir die Stellung der Allianz ausspähen, ohne entdeckt zu werden. Ich habe in der Nähe des nächsten Passes Geschütze der Allianz entdeckt. Schlage vor, dass Sie mit dem Scharfschützengewehr die Schützen dort ausschalten, während ich Marines anfordere. Bereit machen! Sie werden vorrücken und uns unterstützen, Sergeant. Der Master Chief wird aus der Entfernung möglichst viele von denen ausschalten. Nicht schießen, bevor der Feind unser Feuer erwidert. Dadurch haben wir das Überraschungsmoment. So sieht's aus. Und damit herzlich willkommen zurück zu Halo 1. Also, wir positionieren uns mal mit dem Scharfschützengewehr und werden dieses Schiff mal kapern und unseren Käpt'n retten. Also, kurz leise anschleichen. Wir haben ein Geschütz, eine Elite. Ich glaube, den Eliten sollte ich als erstes, wenn ich gut ist. Ja, und... Sehr schön. Oh, die haben mich gar noch nicht bemerkt. Mein Sniper gewesen doch nicht so laut, wie ich dachte. Jetzt geht's los. Oh, die hätten geschlafen. Die hätte ich alle überraschen können. Verdammt. Macht sie fertig. Achtung. Eine Rennung geschützt. Erledigen Sie ihn. Nein, Kumpel. Nein. Aus. 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 Weißt du was? Ich übernehme das mal. Gut, aufgemischt. Alle tot. Töte den Kleinen noch. Mann, Schakal. Niemals. Marines, Feuer öffnen. Los. Uh, das geht. Haben wir schon die Luft, wollte ich sagen. Los, 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 Marines. Halt. Bewegungsverfolgungssystem zeigt Aktivität hinter der nächsten Bewegung. Wir sind bereit zum Vorrücken, sobald wir uns anfordern, Cortana. Hey, wir haben's geschafft. Wir sind direkt hinter den Chief. Wir haben's geschafft. So gut, ich probiere's mal so, wenn die... Nein, nicht da. Aus. Scheiße. Uh, in den Sack. Wenn der Sack da ist bei dir. Dann möchte ich im Sack gewischt. Okay, 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 okay. Nein. Du bist die einzige wahre Bedrohung. Uah! Du bist für meine Marines. Shit, 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 shit. Flieg. Kleiner Mann. Stehenbleiben und weg mit dir. Gut. Marines, Munition sa... Hoop. Noch nicht ganz so gut, wie ich dachte. Puh. So, jetzt aber. Es lief nicht ganz so glanzvoll, wie ich dachte. Aber wenn die Eliten tot sind, dann können die Marines von mir gut vorrücken. Und die Musik passt gerade dann. Truppen der Allianz voraus. Über den linken Pfad müssten wir sie unbemerkt umstellen können. Hat das Feuer noch nicht erwidert? Wir bleiben zurück, während Sie in Stellung gehen. Jawohl. Ja, lauf noch eingebildet herum. Ich weiß nicht, ob noch mal jemand auf das Geschütz geht oder nicht. Auf der Seite hier komme ich nicht hoch, ne? Und ich kann Schritte hören. Der ist verdammt nah. Der ist verdammt nah. Der ist verdammt nah. Entschuldigung, ich habe da was gesehen. Da ist der Gravitationsaufzug. Jetzt dreht er rum. Was auch immer es ist. Wie schlecht von mir. Scheiße. Oh, die Geschütze müssen weg. Meine Kumpels. Ich habe mich selbst gesprengt, weil ich diesen Scheißer fortgekriegt habe. Scheiße. Weg von dem verdammten Geschütz. Okay. Machen wir mal ein bisschen Druck hier. Oh. Ich erwische den nicht richtig. Nein, noch höher. Jawoll. Landungsschiffe der Allianz im Anflug. Oh, Scheiße. Gar nicht gut, Landungsschiffe, gar nicht gut, Landungsschiffe. Alles nachgeladen. Wo kommt es? Wo kommt es runter? Ich werde es direkt abfangen mit ein paar schönen Granaten. Wir sind eigentlich meine... Oh. Fuck, das ist so viele Eliten. Ich muss weg. Shit, shit, shit. Boah. Vom Runterfallen habe ich Schaden gekriegt. Das war ganz mies. Also gut. Dieses Mal geht es ein bisschen schneller hier. Bleib bei. Dann der Elite noch. Wir bleiben zurück, während Sie in Stellung gehen, Chief. Das ist so gut. Jetzt... Ich kann nicht ihn von hier töten. Komm, komm, komm. Marine, du stehst mir im Weg. Boah. Das geht nicht. Wir hatten mich fast noch gesehen. Ja, wir haben ihn. Wir hatten mich. Wir haben ihn. Aber noch keiner hat geballert. Da bin ich. freedoms.. Sie nicht. Er hat mich, ich habe ihn. Hier bin ich. Irgendwo. Sehr gut. Nein, Jungs. Oh Gott. Wie rückt ihr vor? Oh, Unsichtbarkeit. Gut. Nein. Nein. Jetzt bin ich wieder runtergesprungen. Ich vollidiot. Jungs, weg von der Granate. Ich brauche unbedingt Medipack. Ich depp spring wieder runter. Ich wusste nicht, dass es mir so viel Fallschaden kriegt. Ist außergewöhnlich. Medipack, Medipack. Kein Medipack. Dann halt nicht. Das wollte ich nicht. So wollte ich das nicht. Waren komplett anders geplant. Waren da nicht mehr Eliten? Ich kann es schwören, da waren mehr Eliten. Irgendwo war noch ein paar Eliten. Irgendwie wollen die nicht. Kein Kampf heute. Na, in der Tat. Ich sehe keinen. Na, dann gehen wir mal weiter. Gute Marines. Ja, ja. Wir gehen weiter. Oh. Oh, shit. Ihr seid allein. Weg. Oh, nein, nein, nein. Lass die fallen, lass die fallen. Woo. Wir sind jetzt direkt unter dem Schiff. Da waren die Eliten. Achso. Richtig, sind wir gut oder was? Wenn wir da rein wollen, brauchen wir einen Plan. Die Allianz benutzt einen Gravitationslifter, um Truppen und Nachschub zwischen dem Schiff und der Oberfläche zu transportieren. Wir müssen sie in der Ladezone des Lifts angreifen und über den Lift das Schiff entern. Hier ist nichts. Suchen wir sie. Abmarsch. Kontakt. Feind gerichtet. Verdammt. Diese Geschütze werden uns in Stücke schießen. Mich hat zerwischt. Wir haben Probleme mit den Lebenspunkten. Wir haben noch ein paar kleine. Oh, scheiße. Jetzt sehe ich dich, Kumpel. Ich habe mich erwischt. Scheiße. Ja, sehr gut. Jawohl, ich habe ihn. Aber garantiert nicht. Ich weiß, dass es gute Schüsse sind. Das müsst ihr nicht jedes Mal sagen. Ist okay. So werde ich noch eingebildet hier. Okay, das ist der Gravitationslift. Den haben sie aber nicht unbedingt ideal positioniert. Ja. Das kann und darf nicht einfach sein. Ich kriege das rein. Also gut, da landen sie. Ja, ist ja gut. Oh. Ja. Ich habe es geschnallt. Guter Schuss. Guter Schuss. Guter Schuss. Mit bombigen Grüßen. Hat's hier weg, Jungs. Sehr gut. Noch einen einzigen Schuss habe ich in dem Snoweple gewährt. Das ist nicht gut. Kriege ich? Oh, scheiße. Jäger. Fuck. Das sind scheiße Jäger. Den werden wir in den Problemen kriegen. Boah, der liegt ja schon. Sabalot war das schnell. Warte, ich habe noch Schüsse. Ich habe noch Schüsse. Ich habe noch Schüsse. Haben wir nicht irgendwo hier noch? Lass mal geraten. Kann ich die noch sticken? Wenn die Weichteile ballern. Am Rücken hat der Weichteile. Weichteile. Boah, das war mal Schuss. Boah, war gar nicht so schwer. Wir haben den Bereich gesichert. Stellen wir den Lift. Marines, bereit zum Entern. Ja, Sir. Cortana an Echo 419. Wir haben den Lift erreicht und warten auf Verstärkung. Verstanden, Cortana. Durchhalten, Leute. Boah Hammer Ende. Sobald wir drin sind, kann ich nach dem Neuralinterface des Käpt'n suchen. Er wird vermutlich im oder beim gefangenen Traktisch Schiff sein, was unsere Suche erleichtert. Echo 419 im Anflug. Landezone sichern. Ja gut, ich kriege noch Marines, immerhin. Kriege ich auch noch ein Medipack. Jetzt noch eine Plasma-Granate. Schön, dich zu sehen, Mann. Ja, danke, Alter. Ich kenne dich zwar nicht, aber es ist auch schön, dich zu sehen. Also. Aber hier noch irgendwie... Nichts. Ich will eigentlich schon mit was... Mit sauberer Anzahl Schüssen, Munition und Lebenspunkten rein. Aber ich habe keinen Medipack hier. Sturmgewehrschüsse habe ich aufgesammelt. Die bringen mir gerade nicht viel. Vielleicht hat der Grant von hier noch was fallen lassen. Doof. Und hier am Anfang ist auch nichts. Scheiße, mit zwei Lebenspunkten rumrennen ist so gefährlich. Da geben wir uns so schnell tot. Das ist nur ein Plasma genannt. Also gut. Marines. Ab geht's. Wir sind drin. Ich erfasse den CNI-Transponder des Käpt'ns. Bisher keine Verteidiger. Bisher keine Verteidiger. Bisher keine Allianz-Truppen sind, die etwa alle picknicken gegangen? Uh. Ein Rave. Ist ja geil. Oh. Feinde. Unsichtbar, unsichtbar, unsichtbar. Boah, zum Glück habe ich ihn schnell erwischt. Das war eine geile Granate, Kumpel. Oh, shit. Also gut. Und jetzt da noch. Stirb. Maul, Kleiner. Oh, Unsichtbarkeit. Boah, hier drüben. Boom. Noch einer? Waddammit nochmal sind das viele. Bye, bye. Haben wir alle? Lebt noch, Marine? Hier, fang. Halt es gut fest, Kumpel. Boah, noch mehr von der anderen Seite. Ach, du Scheiße. Maul. Gibt das her. Ja. Was ist das Ding? Aber mühsam, wir müssen das mal wieder festhalten. Haben wir jetzt dann alle? Ich habe nur noch einen Marine. Na, super. Noch mehr. Nein, noch Jäger. Shit. Ihr rückt aber auch mit allem aus, was ihr habt. Die kriege ich nicht. Das war mein letzter Marine. Oh, shit. Das Fahrzeug ist in die Luft gegangen. Gibt's ja nicht. Ich mache Plasma-Granaten, dass ich dich töten kann. Euch. Dich, euch. Oh, das tut weh. Töten. Man darf die explodieren. Wenn der Schild es nicht abfängt. Sehr schön. Ja, das tut weh. Nein. Ok Wir haben es geschafft Alle Marines sind tot Hier habe ich ein Pack Ok Munition sammeln Schüsse sammeln, Granate sammeln Obwohl Munition und Schüsse ist ja dasselbe Aber ist klar Puh, also Wir sind jetzt hier auf dem Schiff von der Allianz Wir haben die erste Welle abgewährt, sehr schön Ups Als Maul Bevor wir hier aber weitergehen Muss ich ein kleines Beuschen machen Wir sehen uns in der nächsten Folge von Halo 1 Ich freue mich drauf Ich positioniere mich aber noch ein bisschen anders Und zwar hier oben Ich freue mich drauf Bis in der nächsten Folge Dann geht's weiter Bis dann Om Amen.